Einer der wichtigsten Sachen, die du als Christ in deinem Leben machen wirst, ist das Evangelium weitergeben. Denn es heißt so oft, dass wir rausgehen sollen in alle Welt und die frohe Botschaft verkünden sollen. Und es gibt auch eine Stelle, die so ungefähr sagt, dass wir jederzeit bereit sein sollen dafür. Früher hatte ich immer Probleme, von meinem Glauben zu erzählen. Und ich hatte auch Probleme, überhaupt zu verstehen, was das Evangelium ist. Aber über die Jahre habe ich immer wieder Gespräche mit mir selber geführt. Wie würde ich mit jemandem reden, wenn er mich fragen würde, was das Evangelium ist? Und am Anfang konnte ich noch keine Antwort geben. Und über die Zeit habe ich immer mehr eine Antwort gebildet. So, dass ich jetzt heutzutage einfach, wenn jemand mich fragen wird, Hey, wieso glaubst du? Was ist das Evangelium? Dass ich einfach eine Antwort geben kann. Und ich möchte heute euch teilen, wie ich das Evangelium weitergebe. Natürlich ist mein Weg nicht der beste, aber das ist ungefähr, wie ich das Evangelium weitergebe. Natürlich ist jedes Gespräch noch individuell, andere Fragen kommen auf, aber die Kernbotschaft sollte passen. Den ersten Punkt, den ich immer bringe, ist, dass wir nicht gut sind. So viele Menschen daraus sagen, ja, ja, ich bin ja gut oder ich bin ja nicht so schlimm wie der. Aber nach welchem Standard? Das heißt, erst erkläre ich, dass der Mensch an einem Punkt heilig war, Adam und Eva. Sie waren heilig und waren in der Gegenwart Gottes, hatten eine weiße Weste. Aber dann haben sie gesündigt und haben Dreck auf ihre Weste bekommen und können so nicht mehr in der Gegenwart Gottes bestehen. Ich fange immer mit dem Punkt an, weil Jesus auch damit angefangen hat. Jesus hat angefangen mit Kehrt um und tut Buße. Er hat nicht damit angefangen, Liebe, Liebe, Liebe. Es ist auch einer der wichtigsten Punkte und Lehre. Aber damit hat Jesus nicht angefangen. Wenn wir das Evangelium lesen, sehen wir, Johannes sagt, tut Buße und Jesus macht genau dasselbe weiter. Deshalb sage ich immer, dass wir die Herrlichkeit verloren haben und das Recht darauf verloren haben, in Gottes Gegenwart zu stehen. Und das lesen wir in Römer 3, 23. Wenn Menschen jetzt verstanden haben, dass wir gar nicht so gut sind, egal wie viel wir versuchen, und dann gehe ich auch ein bisschen darauf ein, wir haben ja gesehen, anhand vom Volk Israel, dass es unmöglich ist, wieder genug zu tun, Gottes Maßstab wieder zu erreichen durch unsere eigene Kraft. Denn wir sehen, die Israeliten, die sind immer und immer wieder gefallen. Aber wir sehen es ja auch bei uns. So, ja, wir haben mal die motivierte Phase, wo wir gute Dinge tun, Leuten helfen. Aber dann irgendwann geht uns die Motivation aus oder wir haben keine Kraft mehr oder wir sündigen ja doch wieder. Deshalb ist es ja so wichtig zu wissen, dass wir Hilfe brauchen, um diese Herrlichkeit wiederzubekommen. Und niemand anderes kann uns diese Herrlichkeit zurückgeben als Gott selber. Und deshalb ist er selber auf die Erde gekommen, in Form von Jesus Christus, der für unsere Sünden gestorben ist. Denn, wie wir auch schon im Alten Testament lesen, ist, dass für gewisse Sünden gewisse Tiere geopfert werden mussten. Es musste Blut vergießen, um Schuld zu vergeben. Und genau so ist es. Dadurch, dass wir gesündigt haben, haben wir eine Schuld auf uns geladen. Und diese Schuld wird bezahlt mit dem Tod. Das heißt rein theoretisch, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und jetzt ist Jesus aber gekommen, hat nie gesündigt und ist am Kreuz unschuldig gestorben. Aber als er gestorben ist, hat er all unsere Schuld auf sich genommen und hat für uns gezahlt. Denn Gott ist ein gerechter Richter. Er muss das bestrafen, was falsch ist. Doch er gibt uns einen Ausweg. Und zwar sagt er, Hey, ich gebe meinen Sohn. Der zahlt für dich. Wenn du das also annimmst, wenn du Jesus annimmst und das annimmst, was er für dich getan hat, Hey, dann kriegst du wieder deine weiße Weste zurück und bist gerettet. Und kannst wieder in der Herrlichkeit Gottes stehen. Wie ich schon gesagt habe, es kommen immer unterschiedliche individuelle Fragen, die an diesem Punkt gestellt werden. Eine Frage ist zum Beispiel, Ah, okay, also haben wir jetzt eine weiße Weste, wenn wir Jesus angenommen haben und können tun und lassen, was wir wollen. Oh nein, natürlich so funktioniert es nicht. Denn Jesus sagt uns auch, wenn wir ihn annehmen, werden wir verändert und werden ein neuer Mensch. Das heißt, du kannst nicht einfach sagen, Ja, nehme ich an und dann habe ich es in der Hosentasche und das war es. Du lebst dein Leben so, wie du es willst, weiter. Nein, diese Annahme macht etwas mit dir. Also diese wirkliche Annahme macht etwas mit dir. Und zwar, dass du nicht weiter sündigen möchtest. Früher war es so, dass du dein ganzes Leben lang gesündigt hast, aber ab und zu hast du mal was Gutes getan. Ab und zu hast du mal die Kraft aufgebracht und etwas Gutes zu tun. Aber wenn du Jesus angenommen hast und ein neuer Mensch bist, ist dein ganzes Leben etwas Gutes tun und ab und zu fällst du. Wieso? Weil wir immer noch diesen fleischlichen Körper haben, diesen sündhaften Körper, der uns immer noch schlechte Leidenschaften und Gelüste gibt. Wir müssen immer noch diesen Körper füttern, mit Essen trinken. Wir sind immer noch gebunden an dieses Weltliche, was auf eine Art schlecht ist. Denn wenn wir Jesus angenommen haben, kriegen wir den Heiligen Geist. Und er hilft uns, zu verstehen, was Gottes Wille ist, aber auch Gottes Willen zu tun. Er führt uns. Wo wir vorher noch aus eigener Kraft handeln mussten, handeln wir jetzt aus der Kraft Gottes. Denn es heißt auch, dieselbe Kraft, die Jesus aus dem Tod auferweckt hat, ist jetzt in uns. Das heißt, wir haben so viel Macht in uns gespeichert, die wir abrufen können. Es ist ein täglicher Kampf zwischen geistlicher Welt und fleischlicher Welt. Täglich müssen wir gegen unsere Sünden kämpfen. Aber wir müssen es nicht mehr alleine tun. Sondern wir können es mit Gottes Hilfe tun. Es geht aber nicht darum, was du tust. Also ich muss das tun, ich muss Bibel lesen, ich muss alten Damen über die Straße helfen. Darum geht es nicht. Es geht darum, Gott zu verherrlichen und möglichst viele Leute zu retten. Denn alle, die Jesus nicht angenommen haben, können einfach nicht mehr in der Gegenwart Gottes stehen. Das heißt, wenn die Erde hier vorbei ist, dann sind sie nicht im Licht, sondern sie sind in der Dunkelheit. Die Bibel spricht auch von der Hölle. Aber es ist nicht so, dass Gott dich da reinsteckt, weil er so grausam ist. Nein, du kannst in seiner Gegenwart nicht bestehen, wenn du nicht ohne Sünde bist. Deshalb, was ist die frohe Botschaft? Ganz kurz und knapp. Jesus ist für unsere Schuld gestorben, damit wir errettet werden können. Also der nächste Schritt ist für die Person zu beten, zu fragen, ob sie Jesus annehmen möchte. Natürlich ist da ein längerer Prozess meistens. Du musst es verinnerlichen, was es heißt, dass Jesus für dich gestorben ist. Es ist so wichtig, dass wir jeden Menschen das Evangelium weitergeben. Egal, ob wir versuchen, jemanden zu überzeugen oder nur zu erzählen, woran man selber glaubt. Denn wir sollen Zeugnis sein. Und ich glaube, viel Macht steckt darin, dass jemand anderes sieht, was es in deinem Leben verändert hat. Und dass du begeistert bist von dem, was passiert ist. Und deshalb müssen wir gar nicht versuchen, diese Person zu überzeugen, sondern Gott wird diese Person überzeugen, wenn diese Person ein offenes Herz hat. Deshalb, wir müssen uns keinen Druck machen. Unsere Aufgabe ist, das Evangelium weiterzugeben und Zeugnis zu sein. Unsere Aufgabe ist es, nicht jemanden zwanghaft zu überzeugen. Aber ja, wie ich schon am Anfang gesagt habe, vielleicht sind ein paar Sachen, die ich rausgelassen habe. Schreibt sie doch unten in die Kommentare. Dinge, die super wichtig sind, die man noch ergänzen kann. Aber ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst auch nicht zu abonnieren, das Video zu liken und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, Corey hier, ihr da, alles klar. Und ich habe hier noch mein Zeugnis, wo ich auch davon erzähle, wie ich so richtig zum Glauben gekommen bin. wie ich so richtig zum Glauben gekommen bin. Vielen Dank.